hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von cyberpunk 2077 so ich lege ich mal hin ja bisschen müde ach ja und ich habe mir die finger nieder verändert ich habe gedacht doch mal lange mit feuer so einster akt ich glaube ich habe mir was eingefangen verlinken mit dem konzern biomon in ein eurovirus oder ich muss so weg soll er mir sagen warum ein kopf und magen eine party feiern ich habe eine einstellung bisschen was geändert wir müssen das draußen checken hier drin ist eigentlich okay so was haben wir vier nachrichten mega medikamenten lotterie aha achtung medikamenten lotterie kaufen sie zwei tickets und erholen sie das und erhalten sie das dritte gratis dazu tausende von preisen noch verfügbar medikamente reanimatoren termine für primärbehandlung op-gutscheine blut screenings impfstoffe gegen cyber psychose wie per doc empfehlung und unser hauptpreis ein traumateam premium paket für ein jahr nur solange der vorrat reicht ihre nachbarn haben bereits ein ticket kaufen sie jetzt ihres okay achtung betrugswarnung okay klicken sie auf keinen fall auf werben mails für penis vergrößerung nano g diese sind ein betrugsversuch herkömmlichen geld stimulieren kein zellwachstum die einzige geprüfte methode für penis vergrößerung ist nach wie vor die ihre sex hormonbehandlung unsere wissenschaftler bei ihre sex haben eine formel entwickelt die sowohl länge als auch umfang ihres penis in sieben tagen signifikant vergrößern werden werden auch sie zu einem von tausend zufrieden kunden bestellen sie noch heute ihr set ich habe nicht geglaubt dass es funktionieren würde aber ich war verzweifelt ich hatte nur eine woche zeit um meinen penis größer zu machen und ich wusste ist das tut würde es nicht bringen zum glück hat ihre sex gehalten was es verspricht die fingernagelspuren an meinem rücken beweisen ist danke ihre sex richard towers echter kunde nachweisliches penis wachstum stellen sie jetzt nur solange der vorrat reicht natürlich auch kein ach du mail wer entdeckt ja das kennen wir doch ihr computer wurde von drei demons attackiert unser system hat folgendes entdeckt zwei versuche an ihre persönlichen daten zu gelangen ein versuch ihre neuralprozesse zu infizieren sofortige gegenmaßnahmen erforderlich mit unserer schnellen gefahren neutralisierung software verhindern sie identitätsdiebstahl und implantatraub nicht vergessen feindliche neuen netrunner können ihre nervensysteme infiltrieren und sie zu folgenden kriminellen handlungen bewegen trügerische banküberweisung gewalttätige übergriffe diebstahl und oder bewaffnete raubüberfälle suizid klicken sie zu ihrem eigenen schutz auf jetzt scannen unsere hochentwickelten antidämon software wird daraufhin umgehend sämtliche bedrohungen eliminieren wenn sie den scan nicht in den nächsten fünf minuten und 17 sekunden durchführen könnte ihr betriebssystem ihre schäden allein schützen sie sich jetzt ja ja kennen wir schon oder 250 franke im paysafe was fahrzeug kaufen auf der autofixer netpage findest du alle fahrzeuge die derzeit zum verkauf stehen du kannst die netpage am computer in deinem appartement oder an anderen computer in night city die mit einem autosymbol markiert sind aufrufen auf den bildern der fahrzeuge wird ein symbol angezeigt wenn es eine eingebaute waffe hat für ein maschinengewehr für ein rakutenwaffe wenn dein street cred steigt werden auch mehr fahrzeug auf autofixer verfügbar sein verschlüsselt el capitan was geht man lieber zum und kunde und kunde lass mich raten du fährst immer noch dieselbe alte kist und kannst die nicht mehr sehen oder keine sorge el capitan hat die lösung für dich mit einem blick auf meine neue netpage autofixer geiler name oder und finde noch heute den wagen deiner träume einfach anklicken bezahlen und bämm erledigt die straßen von night city gehören dir du hast wünsche el capitan erfüllen sie erfüllt sie dir ganz einfach worauf wartest du noch auf zu autofixer und dann kaufen 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 natürlich nightcorp nachrichten darkstar bürgermeister traumatin autofixer kann mal reingucken oh du siehst sehr vertrauenswürdig aus ich krieg man ich hab'n schluck auf also willkommen auf der autofixer netpage von muama el capitan rice kaufen noch heute riesige aussage regelmäßig neue fahrzeuge in angebot gebraucht waren für jeden geldbottel alle marken in und ausländische second hand und viel mehr mache autofixer zu deiner startseite schau dir neue angebote regelmäßig an okay die schick schick ja ich hab'n geld sollten auto leisten ja das kommt die könnte ich mir leisten galena colby der hat waffen dabei er hat waffen das ist mein auto ja okay gut dann treffen uns jetzt mit genau mit okay ich gehe mal zurück in die anstelle ich mache mal wieder ausgewogen so wir wissen dass sie da drin sind polizei freundin helfe deine augen sehen vielleicht beschissen aus mann alte nacht das ist jetzt little china chumba wenn es zu laut für dich ist hau dir ein paar rohrstabzeln rein und dann kannst du heier machen das ist es nicht was denn dann der geruch hoppla oh hast du dir wehgetan minuten kriegst du davon gar nichts mehr mit oh mein daddy ist viel bessere als die deiner was welcher grauhaarige ne mir gefällt das mit einstellung nicht das ist keine unterauflösung also was habe ich denn noch geändert was habe ich eigentlich filmkörnung habe ich ausgemacht das ist an bewegungsunschlaf habe ich auch ausgemacht als andere habe ich nichts dran gemacht glaube ich ja wir dachten er wäre krank oder so aber dann haben wir seinen schlafsack aufgemacht und was wird denn hier geschossen arasaka wo muss ich denn hin ist runter ah hier ist zum verkaufen was kann ich denn verkaufen ich habe glaube ich noch nicht so was ich verkaufen könnte ich habe da keine ahnung was junk junk kann man verkaufen grandstand so haben wir auch mal was verkauft dann gehen wir mal runter die sind alle so fertig aus ich meine wenn ich hier leben müsste wäre ich auch fertig ich bin ehrlich ich möchte ein bisschen jetzt action man müsste die grenzen dicht machen ist meine meinung sonst kommen aus diesen ganzen schweißländern laut das war toll viele leute ziehen auch aus night city weg weil sie leute wie dich nicht ausstehen können das gleicht sich ungefähr aus wenn die grenzen dicht wäre könnte niemand wegziehen darüber hast du noch nicht nachgedacht ne aber ich weiß jetzt warum der grenzschutz dich nicht haben wollte ich muss hier da gibt es das größte der größte wohnblock man könnte schon fast sagen der welt da wohnen ich finde tausend leute drinnen da sind auch geschäfte und restaurants wer neugierig wie er eine wie dich handhabt was meinst du wie geht's na wie geht's so der kampf geht gleich los willst du keine notizen machen malohn gegen herrn anders nein unser kumpel hier guckt keinen fern und redet auch nicht er lässt lieber seine fäuste sprechen woher hast du den fett von der straße hat mich mit seinen großen augen angeguckt da habe ich ihn mitgenommen gefüttert was angezogen nein im ernst ist ein militärbad echtes schnäppchen ein guter turm hat ihm upgrades verpasst und das war's ja komm lass uns warten los geht's füße bewegen und den kopf auch schnäppchen schnäppchen Ah! Du hast einen heftigen Schlag drauf, Mädel. Schon mal überlegt, damit Geld zu machen? Ich kann Kämpfe arrangieren. Interesse? Äh, steckst du selbst nicht in den Ring? Steckst du selbst in den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt. Und die Reflexe waren auch mal besser. So was lässt sich beheben. Mit Kerensikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Eddies. Ah, die... Das Geld hast du jetzt, Eddies, hier. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Hm. Ich hab deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Und diese Kämpfe sind nicht wirklich legal. Aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen? Kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Alles klar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaub an dich wie. Zeit der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Was? Okay. Ich warte eigentlich jetzt. Okay. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Ich brauch nichts. Danke. Okay. Ich wollte gehen. Und sonst so? Aufstehen. Mach's mal gut. Ähm. Coach Fred. Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Kabuki. Das ist eine Überraschung. Wirst du schon sehen. Arroyo. Buggangster von Sixth Street. Echtes Ars. Drittens. Glenn Cesar. Fäuste wie Eisenhammer. Viertens. Animals Club. Rino. Die Frau ist eine Legende. Die haut jeden platt. Ja. Schön. Aber ich hab... Nein. Ich will doch jetzt nicht kämpfen. Müffeln. Nee. Ich... Ist das im Journal? Wir haben doch hier RipDog. Das will ich. Dürfte ich mir checken. So. Ganz ehrlich, ich muss das nochmal umstellen. Irgendwas hab ich blöd gemacht. Ich weiß doch nicht, was... Hm. Ah, nein. Wo muss ich denn entlang? Das ist hier verwirrend. Ist das ein Aufzug? Oh. Diese renommierte Auszeichnung ist auf die zahlreichen Vergünstigungen für Arbeitnehmer zurückzuführen. Darunter fünf bezahlte Urten. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belebt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biba-Virtuosen, sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corp. Rich. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht der Zuschauer ein fröhliches und fröhliches Matsuri. Ich wollte mir das schon nochmal ein bisschen angucken. Phantom Liberty. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das ist ja nur weit in der Ferne. Die Waffe holt die Waffe bei Wilsen ab. 91 Meter. Ja, kämpfen will ich jetzt auch nicht auftragen. 91 Meter, das ist ja dann auch hier, wo ist denn das? Oben. Ach gut, ich will auch. Was für eine Werbung. Hallo? Lass mal dein Angebot sehen. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. Handfeuer Waffe. Aber... Habe ich das nicht schon gehört? Ich war noch nicht bei ihm. Ich will auch nicht kaufen. Ich dachte, ich kriege was geschenkt. Okay, Moment mal. Bei uns in Hewut gibt es eine Tradition. An deinem 16. Geburtstag schenkt dein Vater dir eine Waffe. Ich habe keine bekommen, weil ich nur einen beschissenen Vater hatte. Aber dein 16. ist schon eine ganze Weile her, oder? Besser Zeit, dass du dir mal eine ordentliche Knarre besorgst. Muss ich das? Ach ja. Jetzt habe ich das abgeschlossen. Ich muss nur mal ins Inventor. Weil... Die habe ich geholt, ne? Die ersetzen wir da. Geht das nicht? Doch, habe ich. Okay, äh... Ja, jetzt wieder runter. Warte, hör mal. Äh, runter. Oh mein Gott. Do you hate your meat? Body implants. Mach kein Ärger. Sei dir Ärger. Worauf bist. Das war das. Na klar, alle haben ja Waffe. Hm. Ja. Äh, bin ich da? Ach, Gott sei Dank. Ach so. Werden wir jetzt mal über gestern? Ja. Ich bin da alles in Lande. Ah. NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftrag näherst. Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Ich muss mich erst mal ein bisschen umschauen. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior Vector. Gestern hast du was von der Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig, oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergiss dir dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich mein, vielleicht ist es auch nix Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fetterschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich mein, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst... Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. War die letzten zwei Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen. Zwei Jahre? Das klingt eher nach Exil, als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Hm, Pizza in sich reingeschaufelt und zu Hardcore Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Uns. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich ne Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Er will mich abchecken. Mhm. Pass auf, Vi. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann hab ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bacacor. Aber Dex ist ne komplett andere Liga. Du weißt schon. Tue ich das? Na, vielleicht. Hör mir auf mit Fixern. Die angelnden Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genau so ist es wie. Mann, bin ich voll gefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarves zu glätten. Oh, okay. Danke, Jack. War es sich zu schätzen. Mit Kreuz, so kannst du dann derzeit ein aktives Fahrzeug an deinen Standort rufen. Okay. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Ja, unser Auto ist da. Ey, das ist ja... Das ist ja... Aufstehen. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Oh je. Äh, Kit, das ist grüßen. Moment. Sag nicht, das ist dein Jinguchi-Kleid. Soll ich lieber liegen? Äh, erster Halt. Ripper Doc? Ey, Chica. Mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Ah, Kamerabit. Ah, danke, dass du mich besucht. So, jetzt fühl ich mich schon sicher. Äh, wo muss ich hin? Polizei. Schön vorsichtig. Keine überfahren. Ah. 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 Deswegen hab ich nur ein Teil von GTA gespielt. GTA 4. Ich hasse Autofahren. Bruce hat ihn zu schnell fertig gemacht. Er hätte das noch über zwei Runden auszögern können. Aber warum denn? Jeder wusste doch, dass er gewinnt. Weil die Leute eine Show wollen keine Hinrichtung. Aber wieso? Wie steig ich aus? Achso. Du wartest. Wann zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt hat? Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Ah. Er schreckt mich doch nicht. Warum hast du? Der ist zu stark für uns wahrscheinlich. Hast du dich einig oder was? Ich hab's total eilig. Ich krieg mal ne... Wo muss ich denn hin? Da. Doch ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Bestimmt. 100 Prozent. Hallo. Dankeschön. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Okay. Ihr Lieben. Aber... Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Das wollen wir in den nächsten Part uns. Wir haben einen neuen Job. Was für ein Doktor ist das? Streicheln. Hallo, Kätzchen. Nackt Katze. Das ist scheiße. Mh-mh. Okay. Kinderspiel mit... Ach, das ist grauenvoll. Oh Mann. Ja gut. Ich... Ich getraue mich nicht. Ach, ich muss da runter. Ja, aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.